Hallo meine Lieben, heute möchte ich meine wunderschöne Weihnachtsdeko zeigen. Also habe ich meine schönen Orchideen ein wenig weihnachtlich dekoriert. Diese Idee habe ich geklaut. Ich sehe immer was und die muss ich dann nachmachen. Das finde ich besonders schön, das ist unser Tischfeuer. Eigentlich kommt da Ethanol rein und man kann es anmachen, das haben wir im Sommer draußen. Jetzt habe ich die Orchidee rein und habe es schön dekoriert. Einfach alle Kugeln rein, ein bisschen Gründung. Ach, den Kamin, ein wenig geschmückt. Das bringt immer schön Atmosphäre. Unser Treppenfenster, eine kleine Deko, die habe ich schon voriges Jahr gemacht. Dies Jahr geht ihr auch noch. In unserem Schlafzimmer bin ich die einzige Weihnachtsdeko. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht was draus. Tschüss. 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 Tschüss.